Schauen Sie uns mal kurz zuvor. So. Machen wir. So. Also aus dieser Position vom Rücken. Bauchraditionier und Becken so flach. Dann schneiden wir breiter. Und dann halten wir so. Das ist ein Problem. Das ist eine Lösung für die Bauchmuskulatur. Die Bauchmuskulatur sind von unten stabilisiert. Der Klassiker ist, dass man in dieser Position hält und gut atmet. Wenn man hier merkt, dass es nicht mehr funktioniert, kann man nicht mehr atmen. Oder man bewegt, ohne dass man das Bild ausfällt in seiner Vollkreuz-Position. Dann verfahren wir wieder. Vier, drei, zwei. Und stopp. Pause. So wie Leute. Das machen wir jetzt noch zwei Mal. So.